So, moin Ohrklinge, ja es ist ein bisschen später geworden, man hört es vielleicht so ein bisschen, mich hat es am Wochenende komplett erwischt. Ich lage jetzt die ganze Zeit flach, weshalb das mit dem Aufnahmen auch nicht funktioniert hat. Ich habe keine Ahnung, wo ich das schon wieder her habe, auf jeden Fall schlägt es wieder auf die Stimme, super toll natürlich. Von daher versuche ich mich einfach so stark wie möglich zu schonen und alles mögliche an Medikamenten in mich reinzustopfen. Natürlich nur das, was hilft, also nicht irgendwie unnötiger Krams, hoffe ich zumindest, damit ich so schnell wie möglich fit bin und dass ich dieses Wochenende auch gleich wieder aufnehmen kann. Von daher sieht es mir nach, dass es diese Woche keine Folgen gibt, aber es war einfach nicht möglich am Wochenende irgendwas zu machen. Ich sehe hier noch so ein bisschen vor mir in der Kaserne hin, Dienst muss ja trotzdem irgendwie sein und von daher hoffe ich, dass wir uns am Wochenende, na gut, wir sehen uns ja am Wochenende nicht, aber zumindest dann nächste Woche wiedersehen. Und da langes Wochenende ist, nächste Woche, der 3. Oktober ist frei und der Brückentag ist für mich auch frei, hoffe ich, dass wir es vielleicht auch hinkriegen, dann auch mal einen Livestream wieder hinzukriegen. Ich versuche zumindest alles und ich wünsche euch trotzdem eine angenehme Woche. Ich versuche mich zwischendurch zu melden, je nachdem wie es geht, aber eigentlich fühle ich nur meine Stimme schon, dass sie fit bleibt und nicht wieder einen Komplettausfall gibt wie Anfang des Jahres. Also von daher viel Spaß, genießt die Woche, ich hoffe ihr besseres Wetter als ich hier und wir sehen uns bis dahin, euer Mr. Zogger.